Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch eine sehr coole Studio App vorstellen. Und zwar nennt sich die Life Clock. Life Clock ist eine kostenlose Studio App von der Big Boss Repo. Und wie das hier schon in der Beschreibung steht, Animate Clock Icon on the Springboard. Adds custom-able animation to the Springboard Clock Icon. Wie der Name schon sagt, es ist eine Live-Uhr. Und ja, wenn ihr das installiert habt, könnt ihr zurückgehen. Und dann seht ihr hier, ich versuche mal ran zu zoomen. Kamera, vielleicht die Helligkeit etwas senken. So, über USB-Settings. So. Dann möchte das die Kamera ein bisschen zurück. Ja, komm. Na. Na. Noch ein bisschen drunter die Helligkeit. So. Jetzt sieht man, dass sich der Sekundenzeiger mit der Uhr tickt. Das heißt, es zeigt die Uhrzeit an, wie sie auch gerade ist. Normalerweise bleibt die Uhr ja immer so stehen, wie es ist, wenn man sich die App nicht untergeladen hat. Aber mit Life Clock ändert sich das. Das war eigentlich schon die Funktion von Life Clock. Und wie ich finde, ist das eine wirklich coole App. Muss man nicht haben, aber ich finde sie wirklich lustig. Und ja, wem sie auch gefällt, kann sie runterladen. Von der Big Boss Repo, wie gesagt. Und ja, das war es eigentlich schon dazu. Und ich hoffe, Sie sehen uns im nächsten Video. Ciao.